Teil 1 Abstecher zu Monte della Neve Gerade Enduro Nature Trail zur Talstation, links Fahrt zur Abzweigung zu Monte della Neve. Auffahrt auf den Monte della Neve. Auffahrt auf Treppal. Hier rechts kommen wir bei der Abfahrt von der Abkürzung. Die Monte Neve Bergstation. Vom weißen Gebäude Abzweigung in Karrenweg zum Gipfel. Auffahrt auf Treppal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Abkürze auf der Abfahrt Übersetzen zur Auffahrtsstraße Zweiter Teil Flow Country Trail in zwei Della Mine Guck 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Die Abfahrt beginnt mit etwas steinigen Passagen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja. Ab Einmündung in den Weg vom Tal ist der Weg ein wunderschöner Flow-Trill, beginnend mit einer Uphill-Passage. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Rechts, Wanderpfad über die Beitel de la Bleserhütte ins Tal. Wanderpfad über die Beitel der 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 Bleserhütte ins Tal. Straße ins Valmine. Blick nach links, Hütte Grasso Delianelli im Valmine. Abfahrt von der Hütte über den Pfad auf der anderen Seite des Baches. Dies ist ein wunderschöner Latschentrail. Im Tal nehmen wir den Schotterweg nach Livigno. Kletterpark. Nach der Brücke noch ein schöner Singe. Es ist ein wunderschöner Latschentrail. Es ist ein wunderschöner Latschentrail. Es ist ein wunderschöner Latschentrail. Untertitelung des ZDF, 2020